Hallo Liga Ah, hallo, äh, wir sind ein Trucker on a.e. wieder mit Need for the Undercom 2 und, ähm, ja, wir sind immer noch in der Karriere weiter Wir machen erstmal den Drift, weil ich in, ich glaube, Track was andere nicht so gut war Das hat vorhin ja am Ende Könnt ihr euch zeigen, ich davon sage wahrscheinlich Und ja, der trifft es gleich in unserer Nähe Ich darf mal ein bisschen hinfahren Das ist doof ist eigentlich Da kann ich mal hinfahren und die Frospeak haben Wo wir ja auch Videos online gestellt haben Ähm, kann man einfach hinjumpen Wollen wir viel besser Kann auch mit GPL hinfahren, aber trotzdem, eigentlich besser Ist auch ein bisschen realer mit der falschen Fahrbahnseite zu fahren Und ja 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 Ich warte wohin soll Ist egal Oh, ich will Ja ja die Realität das Video laufen ja so so kräftig springen das mal weil ich kann etwas sagen du musst keine Handbremse ziehen er kommt einfach scharf einigen die Falltasten und man trifft dieses Auto die Warnstucht und es trotzdem weiter sie sind sie die erste alle das bei ihr nicht und seitens und 23.000 738 Punkte haben ganz knapp an zu streichen sie sind so hoch Hauswohnen ist so hoch ja, dann machst du auch schon mit der Aufnahme ich verabschiede mich und guck weiter vielleicht Videos von Trennungs.de Ciao